Danke zu sagen. Danke an alle, die uns so unterstützen und so helfen. Also wir fühlen uns hier wirklich wie im Schoß einer Mutter. Also es ist unglaublich, was hier mit uns geschieht. Wir leben in einer anderen Welt. Für uns ist die beste Entscheidung jemals gewesen, hier nach Ägypten zu kommen. Ägypten ist ein tolles Land mit vielen, vielen tollen Menschen. Und das Schönste für mich ist, dass mein Mann, der sehr viele Jahre an Depressionen gelitten hat, jetzt wieder anfängt zu lachen und fröhlich ist. Alles ist gut und vielen Dank an alle Ägypter, die uns bis jetzt geholfen haben. Danke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018